Die Top 3 Einkaufstypen Typ 1, der nie ein Wagerlnehmer Typ 2, der Organisierte Typ 3, der, ähm, ähm, kaut Du Schatzi, wie schaut noch mal die Kohlrabi aus? Aha, ja, mhm Du Schatzi, jetzt bin ich noch einmal Was für ein Klopapier soll ich noch einmal nehmen? Das, äh, Kamille oder das Pastelnuss? Ah, ja, ok, ok, ja, passt, ja, ja Ah, hallo Schatzi Hallo Schatzi Antenne Antenne Immer einen Held voraus